Du möchtest oder musst einen Businessplan schreiben, um ihn vorzulegen, bei der Agentur für Arbeit, bei Banken oder Investoren. Nun, dann wirst du am Markt dich umhören, Angebote einholen und dann Kostennoten aufgezeigt bekommen von 1.500 bis 5.000 Euro. Du kannst aber auch deinen Businessplan erstellen und dafür Zuschüsse bekommen, Förderungen, sodass du im günstigsten Fall vielleicht gar nichts bezahlen musst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Grupp-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung und jedes Jahr begleiten wir inzwischen Hunderte von Menschen dabei, ihren Businessplan zu schreiben. Und auf der einen Seite haben wir nicht nur eine sehr hohe Bewilligungs- und Erfolgsquote für unsere Gründer mit unseren Plänen, weil wir vorbereitete Templates haben, sondern wir sind auch zertifiziert und akkreditiert und können daher Fördermittel für dich beantragen. Im günstigsten Fall ist es nicht nur so, dass du Zuschüsse bekommst von 50 oder 80 oder 90, sondern sogar bis zu 100% die Kosten übernommen bekommst. Wenn du Interesse hast, deinen Businessplan auch gefördert zu bekommen und gleichzeitig auch einen Businessplan zu erstellen, der auf einem hohen Niveau auch bankentauglich ist, dann lade ich dich ein, von diesen vier Punkten Gebrauch zu machen. Der erste Punkt ist ein Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein. Hier können bis zu 100% der Vorgründungsberatungskosten übernommen werden. Da ist auch der Businessplan mit drin. Der zweite Punkt ist, dass du auch über die BAFA-Projektanträge stellen kannst, um deinen Businessplan in der Erstellung gefördert zu bekommen. Als dritten Punkt bitten wir ein Team an, aus über 40 Beratern, die in ihren Gebieten Experte sind, mit denen du dich einzeln zusammensetzen kannst und im Team zusammenarbeiten kannst, um die bestmöglichen Ergebnisse so zu erstellen, dass der Leser überzeugt ist von deinem Businessplan. Denn beim Businessplan geht es nicht nur darum, dass du 30 Seiten vollschreibst und ein paar Zahlen in die Tabelle knallst, sondern dass du ein Geschäftsmodell schlüssig abbildest, was den Leser überzeugt, dir die Fördermittel, die du dann haben willst, die Zulassung, die du dann haben willst, auch zu bewilligen. Der vierte Punkt ist, da wir zertifiziert und akkreditiert sind, können wir mit unseren Beratern auch überregional tätig werden. Das bedeutet, dass wir bis zu 100 Prozent der Beratung auch medial abbilden können über Konferenztools. Das bedeutet, du sitzt zu Hause an deinem Schreibtisch, unsere Berater an ihrem Schreibtisch und dann erstellen wir gemeinsam deinen Businessplan, bis er bankenfertig ist, bis er fertig ist, um Gründungszuschuss oder andere Förderprogramme zu beantragen. Du bist nun eingeladen, gerne ein kostenfreies Erstgespräch zu beantragen oder dich in unseren Newsletterverteiler einzutragen, einen Termin zu vereinbaren, damit wir dir dabei helfen können, deinen Businessplan erfolgreich zu schreiben. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.